Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich war im Spa und was dieser Spa-Ausflug mir gezeigt und gelehrt hat, was man vermutlich jetzt auf den ersten Blick gar nicht so im Sinn hat, das erkläre ich euch heute in diesem Video. Ich bin Julia, Mama von zwei Kindern, Glücksmentorin und Meditationsleiterin und solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann mach das doch jetzt gerne. Außerdem freue ich mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch schenkst und mir einen lieben Kommentar hinterlässt. Wie kam ich überhaupt dazu, ins Spa zu fahren? Ich bin nämlich keine Spa-Maus, ich bin auch keine Thermemaus und auch keine Massagemaus und ich war dementsprechend auch noch nie in einem Spa. Und genau das war auch der Knackpunkt. Ich habe eine Freundin, mit der wir alle zwei Wochen telefonieren und uns vorrangig über Business-Themen austauschen, weil auch sie selbstständig ist. Und wir wollten ein Experiment machen. Wir wollten herausfinden, warum es einigen Frauen, Müttern schwerfällt, tatsächlich etwas zu buchen. Und das jetzt mal egal was, ob jetzt ein 1-zu-1-Coaching, ein Online-Kurs, einen Audiokurs, ein Workbook kaufen, völlig egal, warum es manchen so schwerfällt, in ihre persönliche Weiterentwicklung zu investieren. Und wir konnten das auf dieser Ebene eben nicht nachvollziehen, weil uns es eben nicht schwerfällt. Wir können auch sagen, warum. Weil wir eben schon gekauft haben und positive Erfahrungen gemacht haben. Weil wir verstanden haben, dass wir den Input und die Unterstützung und die Expertise von anderen brauchen. Und weil wir einfach in unserem Alltag Wege gefunden haben, eben auch einen Online-Kurs machen zu können. Termine für ein 1-zu-1-Coaching finden zu können. Und einfach auch über die Jahre gespürt haben, wie viel schneller wir uns weiterentwickelt haben und wie wichtig das für uns war. Das heißt, uns fehlte so ein bisschen das Hineinfühlen, die Empathie für diese Menschen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es geht doch einfach nur darum, dass man weiß, dass es einem gut tut und dass man es machen sollte. Und man macht es aus irgendwelchen Dingen trotzdem nicht. Und wir müssen jetzt herausfinden, warum macht man es nicht? Wie fühlt sich das an? Was ist diese eine Sache für uns, von dem wir wissen, dass wir es tun sollten, dass es uns gut tun würde, dass wir es brauchen, aber wir machen es nicht, wir kaufen es nicht, wir investieren nicht. Für meine Freundin war das ein Personal Trainer. Sie wusste, sie brauchte es. Sie brauchte die Unterstützung. Sie brauchte das für ihre Gesundheit. Das war was, was sie tun wollte, für sich als wichtig empfand und trotzdem nicht gemacht hat. Das war also ihre Challenge, einen Personal Trainer zu finden. Und ich kann euch sagen, es hat zwei Fehlversuche gebraucht, bis sie im dritten Anlauf jemanden gefunden hat. Und für mich war es, ich war so, was ist es für mich? Und es war dieses Raus von zu Hause. Ich liebe mein Zuhause. Ich bin gerne hier, aber ich verstecke mich auch hier. Es war für mich also raus von hier zu Hause, alleine, ohne die Kinder und dabei mit diesem Blick auf etwas für mich tun, in Ruhe, Entspannung. Weil ich bin ja auch ein Typ, wenn ich meditiere, wenn ich Yoga mache, wenn ich neurogenes Zittern ausübe, tue ich etwas für mich, für meinen Körper, für meine Entspannung, für meine persönliche Weiterentwicklung. Aber es ist auch ein Tun, ein To-Do auf einer Liste. Weil ich bin sehr orientiert auf Machen und Tun und Leisten. Das heißt, meine Aufgabe bestand daran, etwas für mich zu tun, eine Auszeit zu nehmen und in dieser Auszeit aber nichts zu tun. Also eben keinen Yoga-Kurs zu buchen oder irgendwas anderes. Und da kamen wir dann relativ schnell auf einen Spa. Und ich war vor dem ersten Moment so, oh nee, oh nee. Und für euch ist vielleicht so, warum? Ein Spa ist doch geil. Ich nehme euch mit in meine Gedankenwelt. Spa bedeutete für mich, Geld ausgeben. Mehr als 100 Euro ausgeben. Für ein paar Stunden. Nur für mich. Wohin fahren, wo ich noch nie war. Nicht wissen, wie das da abläuft. Wie das funktioniert, habe ich einfach Hemmschwellen. Und vielleicht kennt ihr das auch. Dann kommentiert doch gerne mal. Es ist immer schön zu erfahren, dass man nicht alleine ein bisschen gaga ist. Also nicht zu wissen, was mich da erwartet. Wie das ist, wie das abläuft. Gucken dich da die anderen Leute komisch an. Und was mache ich um Himmels Willen dort? Ich wusste, Spa, okay, schön und gut. Die Atmosphäre ist bestimmt schön, aber ich sauna nicht. Ich gehe nicht in die Sauna. Mag ich einfach nicht. Und dann dachte ich, okay, aber ich habe mich committed gegenüber meiner Freundin. Wir haben gesagt, wir machen das. Jeder für ihre Weise, aber wir machen das. Wir kommen nicht drum rum. Dann hatte ich Glück. Mehr oder weniger. Man kann es auch als Ausrede sehen. Ich hatte schon einen gebuchten Tattoo-Termin. Und ich habe den Spa-Besuch nicht mehr geschafft. Vor diesen Tattoo-Termin zu legen. Aber ich muss dazu sagen, ich hätte können. Ich hätte können. Aber da waren einfach zu viele Hemmungen und Blockaden in mir. Und ich bin kein spontaner Typ. Gar nicht. Deswegen hat es da einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich aber gesagt, okay, ich habe jetzt den Tattoo-Termin. Ich muss dann sechs Wochen warten. Und dann kann ich. Und das war so, ich wollte immer noch nicht richtig. Es war aber für mich schon mal ein Vorteil zu wissen, okay, ich habe da noch ein paar Wochen, um mit diesem Gedanken schwanger zu gehen. Um mich daran zu gewöhnen, dass es für mich ansteht und dass ich das machen werde. Und da quasi auch hinein zu wachsen. Das heißt, da darf auch ein bisschen Zeit vergehen von, okay, ich sage, ich mache das und ich bleibe da dran und ich gucke mir Sachen an. Also ich habe halt in der Zwischenzeit mir verschiedene Spas natürlich angeguckt hier in der Region und mich dann und verschiedene Angebote. Und mich dann tatsächlich auch für eins fest entschieden und dann zwei, drei Wochen vorher eben auch fest gebucht. Und das heißt, ich hatte dann nicht mehr nur noch das Commitment gegenüber meiner Freundin, was ich nicht brechen wollte, sondern auch das Commitment dann gegenüber dem Spa, wo ich eben auch schon gebucht hatte. Also da auch, was könnt ihr jetzt als Tipps da für euch rausziehen? Wenn euch sowas schwerfällt, eben so Dinge zu buchen, Dinge nur für euch zu kaufen, Zeit, Geld zu investieren, macht es vielleicht mit einer Freundin. Macht vielleicht einen und denselben Kurs zusammen. Oder du kaufst den Kurs und sie kauft den Kurs und ihr habt dann dieses Commitment euch selbst gegenüber und könnt euch da immer wieder auch motivieren. Und man will dem anderen nicht sagen, dass man es nicht gemacht hat. Willst du nicht. Und dann rückte dieser Spa-Besuch natürlich immer näher. Und meine Gedanken waren trotzdem noch, ich gebe hier über 100 Euro für fünf Stunden nur für mich aus. Das ist ganz anders, wenn ich mit den Kindern den Ausflug gemacht hätte und wir alle was davon gehabt hätten. So denken wir nun mal. Also auch mir fällt das noch schwer, so nur in mich zu investieren und nicht in einen Online-Kurs, von dem ich ja Wissen habe und mich weiterentwickeln kann. Sondern es ging nur darum, mich auszuruhen. In einer neuen Umgebung. Nicht hier zu Hause. Also auch meine Komfortzone zu verlassen. Ich habe dann aber gemerkt, umso näher dieser Termin rückte, ich fand das alles gar nicht mehr schlimm. Das mit dem Geld war halt so. Über die Wochen hatte ich mir das ganz fest eingeplant. Ich hatte für mich dann auch so, hey okay, wenn dir das schwer fällt, das einfach so auszugeben, wie kannst du denn dieses Geld beschaffen? Und habe dann zum Beispiel meinen Keller ausgemistet und Dinge auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Oder Bücher auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Und dieses angehäufte Geld in ein Portemonnaie gesteckt. Und es war halt zumindest anteilig dieser Spa-Aufenthalt. Das hat mir so gedanklich einfach auch ein bisschen geholfen. Und es war einfach ein fest eingeplanter Betrag für diesen Monat in diesem Zeitraum. Punkt. So. Und dann hatte ich mir natürlich ganz viele Bilder von dem Spa angeguckt. Und ich habe tatsächlich gegoogelt, was macht man in einem Spa, was zieht man in einem Spa an, wie verhält man sich in einem Spa. Habe ich alles gemacht. Und mich einfach so auf dieses Thema eingestellt. Kann man ja auch machen, wenn wir jetzt weiter in diesem Kontext denken, ein Coaching zu buchen, einen Online-Kurs zu kaufen, einen Yoga-Kurs zu buchen. Man kann sich Erfahrungsberichte durchlesen. Man kann Fragen stellen, die man hat. Ich habe auch an das Spa geschrieben und Fragen gestellt, die ich hatte. Und habe da gemerkt, die sind super lieb und nett. Da habe ich mich schon gut aufgehoben gefühlt. Also auch so gucken, sich die Website, den Instagram-Account anzugucken. Ein Gefühl dafür zu kriegen, wo ich da hingehe und was ich da kaufe. Und das kann man ja mit solchen Produkten eben dann auch machen. Und dieses, ich habe mich daran gewöhnt. Ich hatte das mir gegenüber versprochen. Ich hatte es meiner Freundin gegenüber versprochen. Und ich habe mich einfach über die Wochen daran gewöhnt, dass ich halt ins Spa gehen werde. Und natürlich habe ich mich auf der Fahrt dreimal verfahren. Und natürlich war es beim Ankommen erstmal so, wo muss ich jetzt hin? Was mache ich jetzt? Ist alles ein bisschen awkward gerade. Und dann fand sich aber alles. Und alle waren super lieb und super nett und super hilfbereit. Ist wahrscheinlich auch einfach in so einem Spa so. Und ich hatte die Zeit meines Lebens. Es war so schön. Es war eine richtig tolle Atmosphäre. Ich hatte eine ganz tolle Massage. Super leckeres Essen. Es war wundervoll. Ich hatte, ich würde sagen seit Jahren, nicht mehr so ein entspanntes, freies, tolles Gefühl. Und habe das richtig genossen. Und war richtig entspannt auf der Rückfahrt. Und habe das nochmal so richtig schön sacken lassen können. Und fand es einfach wundervoll. Nimmst ja dein Handy da nicht mit rein. Oder ich habe das nicht gemacht, ne? Und auch so ist ja alles ganz ruhig und leise. Du kommst da rein und alles ist schon ruhig, leise gedämpft. Wunderschöne, sanfte Musik. Alle sind ganz leise und lieb. Und oh, der Wahnsinn. Und ich weiß jetzt schon, dass ich da nochmal hinfahre. Ich weiß jetzt schon, dass ich da nochmal hinfahre. Und dass ich auch mal in ein anderes Spa fahre. Und mir das da mal angucke. Das heißt, ich habe diese erste Hemmschwelle, diese erste Hürde überwunden. Ich habe es zum ersten Mal gemacht. In eurem Fall. Ihr habt zum ersten Mal ein Coaching gebucht oder einen Online-Kurs gemacht. Und habe gemerkt, hey, ist alles gar nicht so schlimm. Ist alles voll toll. Und das Geld hat sich fünfmal gelohnt. Fünfmal hat sich das gelohnt. Und auch dieses Gefühl, also ich bin dann auch an diesem Tag und habe gedacht, okay. Und ich will das Maximum hier rausholen. Und immer wieder in diesem Gedanken, ich tue das für mich. Ich bin mir das wert, das Geld, die Zahl, die Fahrerei, mein Grenzen überschreiten, also mein Grenzen überwinden, Komfortzone verlassen. Das bin ich mir alles wert. Ich liebe mich so sehr, dass ich das für mich tue. Ich weiß, dass das eine gute Sache ist, die mir gut tun wird. Ich habe mir das verdient. Ich gönne mir das. Das ist ja immer so ein bisschen eine schwierige Ausdrucksweise. Wir müssen uns gar nichts verdienen. Aber immer so mit diesen Hintergedanken und diesem, ey, die letzten Wochen waren so scheiße. Gott sei Dank, ohne dass ich wusste, dass die Wochen so scheiße werden, habe ich mich darauf verpflichtet und habe das gebucht und mache das hier jetzt heute. Das war genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Und deswegen meine Botschaft an euch. Wer gerne wollen würde und irgendwie nicht kann, weil er da eben so gedankliche Blockaden in seinem Kopf hat. Nochmal zusammengefasst meine Tipps. Pro-Tipp, der beste Tipp, sucht euch jemanden, der das mit euch gemeinsam macht. Und ich habe ja mit meiner Freundin nicht dasselbe gemacht. Aber wir haben uns beide darauf committet, dieses Ding für uns zu machen. Aus diesen und jenen Gründen. Also find auch, warum du das für dich machen willst. Was dir das tatsächlich auch bringt. Dann, wenn du ein spontaner Typ bist, mach es sofort. Es gilt ja theoretisch eigentlich diese Regel. Mach das innerhalb der ersten 72 Stunden. Sonst machst du es gar nicht. Für mich galt es nicht. Für mich galt dieses, ich muss mich gedanklich erstmal daran gewöhnen. Aber auch dieses, hey, wenn ich mir einmal was verspreche und vornehme, mache ich das auch. Weil sich selbst immer wieder was zu versprechen und es da nicht zu halten, damit verletzt du immer wieder dein Vertrauen in dich selbst. Also mach das nicht. Aber wenn du das brauchst, wachst gedanklich in dieses Thema rein. Bleib dran, beschäftige dich damit. Guck dir Instagram-Accounts, Webseiten, alles mögliche an. Bleib da dran. Dann fütter deinen Kopf immer wieder mit diesem Thema, damit dein Kopf, deine Gefühlswelt sich daran gewöhnen kann. Wir machen das. Und stell Fragen, wenn du Fragen hast und baue auch diese Blockaden ab. Und dann dieses Wissen für dich, weil du es wert bist, weil du wichtig bist, weil du deine Priorität Nummer 1 bist. Und dann machst du es einfach. Trotzdem du nervös bist, trotzdem du aufkriegst bist, trotzdem du nicht genau weißt, was dich erwartet und du lieber gerne in deiner Komfortzone bleiben würdest, mach es einfach. Und wenn es wie bei meiner Freundin war, bei der die ersten zwei Male nicht so gut liefen. Okay, ihr ist aber nichts Schlimmes dabei passiert, außer dass sie gemerkt hat, das ist mir wichtig und das will ich nicht. Und indem sich das in ihrem Kopf sortiert hatte, hat sie dann durch Zufall mal in einem Café einen Flyer für den richtigen Personal Trainer gefunden. So einfach kann es nämlich auch gehen. Und ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video so ein paar wichtige Impulse geben konnte, euch inspiriert und motiviert habe, diese eine Sache zu machen, zu buchen, zu kaufen, die ihr schon etwas länger im Kopf habt. Weil ihr wisst, dass sie wichtig für euch ist, dass ihr das machen solltet. Kommentiert auch gerne mal, was das für eine Sache ist. Zum Malkurs zu gehen, zum Yoga-Kurs zu gehen. Keine Ahnung, einen Kochkurs zu buchen, ein Coaching zu buchen, was auch immer es ist. Und kommentiert gerne, was ihr aus diesem Video für euch mit herausgenommen habt an Aha-Moment, an wichtiger Information, an dem Ding, was euch weitergebracht hat. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen, für eure lieben Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.